Doch, ich bin im Trupp noch. Bei mir wird noch angezeigt. Warte mal, ich geh mal runter verlassen. So, und jetzt versuche ich nochmal einzuladen. So, ich hab schon was gekriegt. Ich hab irgendwas gekriegt oben. Ich bin schon dabei, irgendwie zu verwenden, jetzt versuche ich es gerade. Verbindung fehlgeschlagen. Okay, dann technische Probleme und jetzt geht es mal wieder weiter. Yo! So Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter Wir müssen den Raum sicher So So Wir haben eine Drohne gehackt Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter aufgespürt So 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 Von der von dem Ding von der Tür hinten, ja. Ein Gegner verbleibt. Sei sehr nice, sehr nice, sehr geil. Okay. 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 Ich weiß nicht ob ich das eben auch gemacht habe, da habe ich zwei Drohnen mitgeholt. Wir müssen den Bio-Gefahrgutgehälter schützen, den Raum sichern. Okay. 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 Eine Drohne ist, glaube ich, durchgegangen. Das war clever. Ja. 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 12 Sekunden. Eingefekt. Magnet ist was nicht. Ich werfe den Förder. Ich sorge für Ablenkung. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Das war's für heute. Schild von der Treppe. Ist hier bei mir drin im Raum. Wir trauen dir einfach zu viel zu. Schild von der Treppe. 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 Ich meine hier hinten oder hinter der Couch oder irgendwo. Ich meine hier hinten. Nur noch ein Gegner übrig. Mit Sicherheit das Fortfahren, soweit die Bedrohung neutralisiert wird. Gegner neutralisiert, eigener Grupp erfolgreich. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Gute Arbeit, der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde lokalisiert. Ja, jetzt sind direkt im Wutzemagos. Ja, ja, genau. Gut, haben sie. Okay, gut, sehen wir noch. Einsatz in fünf Sekunden. Obendurch. Soll ich mal die Eingangstür von denen aufmachen? Ja, das muss man mit dem. Ja, ich kann nur nutzen, denn ich bin voll. Feinanläufer. E大家. F CP3. WP4. WP5. WP5. Schau, eine Sprenglampe! Ja, ist der Kessel runtergesprungen, Vorsicht! Äh, fuck! Ne, Kessel nicht! Wo ist es runtergesprungen von denen draußen? Von denen? Gut! Rheinland zu unterwegs! Nachladen! Nur noch ein Gegner übrig. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Drogen neutralisieren. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Naja, aber... Warte, im Moment sind wir rein! Ja? Ne, hab ich grad nicht gehört, ne! Oh! Ich drück lieber auf andere Dingeln! Oh! 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 Hmm.